Ist auch Britney Spears dritte Ehe gescheitert? Mehrere US-Medien berichten, dass ihr Ehemann Sam Asghari die Scheidung eingereicht habe. Sängerin Britney Spears, 41, und ihr Mann Sam Asghari, 29, sollen sich nach 14 Monaten Ehe getrennt haben. Das berichtete am Mittwochabend, 16. August 2023 zuerst das US-Promiportal TMZ. Britney Spears, Sam Asghari soll Scheidung eingereicht haben. Laut Insider-Angaben gegenüber Entertainment Tonight soll der Fitness-Trainer und Schauspieler sogar bereits die Scheidung wegen unüberbrückbarer Differenzen eingereicht haben. ET zufolge soll er in den Scheidungsunterlagen als Trennungsdatum den 28. Juli angegeben haben. Zudem fordere er Ehegattenunterhalt und die Zahlung der Anwaltskosten. Britney Spears soll derweil bereits die bekannte Scheidungsanwältin Laura Wasser, 55, engagiert haben, die schon viele Prominente vertreten hat. Betrug und Streit ums Geld Das Ehepaar hat zwar einen Ehevertrag, aber laut Page Six will Asghari diesen nachverhandeln. Angeblich soll er der Sängerin vorwerfen, ihn betrogen zu haben. Sie jedoch weise das zurück. Über das Thema sei so ein heftiger Streit zwischen den beiden entbrannt, dass er auszog. Offiziell bestätigt haben sie die aktuelle Berichterstattung nicht. Verwirrendes Instagram-Posting Britney alias Maria Rivarett will ein Pferd kaufen. Wenige Stunden später meldet sich Britney Spears auf ihrem Instagram-Account zurück. Zu einem Schnappschuss, der sie auf einem Pferd sitzend und strahlend am Meer zeigt, geht sie jedoch nicht auf die Scheidungsgerüchte ein, sondern überlegt sich, bald ein Pferd zu kaufen. Sie schreibt, so viele Möglichkeiten, es ist irgendwie schwer. Ein Pferd namens Sophie und ein anderes namens Rohr? Ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich mich dem Kameradschaftsgeist anschließen und einen rosa Cowboyhut aufsetzen? Was zudem auffällt, Britney nennt sich jetzt Maria Rivarett. Erste Trennungsgerüchte Anfang 2023 Bereits Anfang des Jahres hatte es Gerüchte über Beziehungsprobleme gegeben. Beide wurden ohne Ehering gesehen. Es war lange Zeit sehr toxisch zwischen ihnen, zitiert People einen Insider. Es gab ständig Dramen. Es ist traurig. Eine Scheidung wäre für Britney verheerend. Asghari war ihr wichtiger Halt im Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater. Die Sängerin bezeichnete ihn erst im vergangenen Jahr als Liebe meines Lebens. Seit 2016 zusammen. Sie begannen ihre Beziehung im Jahr 2016, nachdem sie sich am Set von Spears Musikvideo Slumber Party kennengelernt hatten. Im September 2021 machte er einen Heiratsantrag. Am 9. Juni 2023 fand ihre Märchenhochzeit auf dem Gelände von Spears Villa im kalifornischen Thousand Oaks statt. Dazu kamen auch Promis wie Madonna, 65, und Paris Hilton, 42. Es ist bereits die dritte Ehe für die Sängerin. 2004 war sie 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander, 41, verheiratet und von 2004 bis 2007 mit Kevin Feddelein, 45, mit dem sie ihre Söhne Sean Preston, 17, und Jaden James, 16, hat. Das war die Sängerin.